Ich möchte ein Schwimmbad haben in diesem Krankenhaus, eine Saftmaschine, wo es Säfte gibt und eine Popcornmaschine und einen kleinen Computer unten, wo die Kinder spielen können. Ich bin selber seit 25 Jahren in Hauna Patientin. Für das neue Hauna würde ich mir wünschen, dass die Essenssituation besser wird für Eltern, dass die Schlafmöglichkeiten für Eltern und Kinder besser werden und vor allen Dingen, dass die Behindertenfreundlichkeit im neuen Hauna der sanitären Einrichtungen und generell viel, viel besser wird als das andere Hauna. Ich wünsche mir einfach ein großes Gebäude mit einfach ganz toller Fenster beim Zimmer. Ich hätte gern im Krankenhaus ein Spielzeug, das fahren kann. So etwas wie ein Bobbikard, das mag ich. Ganz gern. Und Lego, das ist natürlich auch ganz gut. Lego bauen. Sexy. Und ich mag auch gern so Klippu. Klippu. Das ist gut. Das sind so zusammensteckstippen mit so kleinen Plastikrohren. Die kommen zusammen da und dann kann man irgendwas bauen. Fertig. Das ist gut.